Also zum einen bin ich natürlich super zufrieden mit dem Wettkampf, zum anderen natürlich schon auch trotz der gefassten Haltung ein Stück weit Euphorie für diesen guten Abschluss dieses Olympia-Zyklus und einfach geil. Der deutsche Block stand ganz gut, dann noch Eltern dabei, noch Freundinnen dabei mit ihrem Vater und ich glaube akustisch hat Deutschland auch geführt. Der Saisonhöhepunkt sind natürlich die Olympischen Spiele, das heißt man kann schon vom Abschluss reden. Ich glaube das Weltcup-Finale selber werde ich auch nicht mitmachen, weil ich im Urlaub sein werde. Das heißt es wird der letzte Wettkampf dieses Jahres gewesen sein, mit Ausnahme der deutschen Meisterschaft, aber da geht es dann einfach darum den Wettkampf zu genießen und nicht darum zu gewinnen, obwohl das natürlich auch schön wäre.